Was gibt es denn, Herr Wachmeister? Da hinten ist ein schrecklicher Unfall passiert. Zwei Pkw haben sich überschlagen, fünf Lkw sind ineinander gerauscht. Die Feuerwehr schneidet gerade die Leichen aus den Drüngern. Tja, was meinst du, Schatz? Gut, dann zweimal Erwachsene und zweimal Kinder bitte, ja? Was macht das? Was ich mache? Gute schön. Danke schön.